man braucht ganz am Anfang braucht man einen ME-Controller, einen Drive und ein Access-Terminal, soweit ich weiß. Und Kabel natürlich. Achso, ja, was dringt noch? Naja, kann ich erst mal so zeigen. Man stellt den ME-Controller auf, den Drive und das Access-Terminal. Hallo? So. Ähm, und halt, man verbindet die Teile miteinander. Nein. So. Diese Teile werden durch Industrial Craft Energie oder durch ähm, das andere hieß Build Craft Energie versorgt. Das bedeutet, man sollte hier was nebenstellen, sowas wie ein MFSU einmal und, äh, ja, ein Solarpanel, also so, Solarpanel. Solarpanel. Nehmen wir mal das Hi V Ups. Bleibt ihr hier, schön hierbleiben. So, MFSU und Solarpanel. Hallo? Da drauf, bitte. Ah, daran liegt es. Guck mal, hier. Wir haben das Problem gefunden. Die Sachen sind nicht aufgeladen. Super. Äh, Power is low. Das ist jetzt natürlich schlecht. Wir bräuchten auch noch Kabel. Kabel, am besten die Solarfaser, die Solarfaserkabel. Ich stehe im Weg. Zack, zack, zack. So, jetzt müsste das Ding eigentlich funktionieren, wenn ich mich recht entsinne. Power is low. Super, ich hab's mal wieder geschafft, alles Gute zu verdrängen. Ah, das lag einfach daran, dass ich noch zwischendurch was aufgeladen habe. Gut. Gibt es noch irgendwie Extreme? Nein, gut, dann nehmen wir erst mal das und laden damit unser, nein, damit können wir nichts aufladen, super. Ah, hä, bin ich irgendwie doof oder so? so. Ah, hier funktioniert es. Man sieht es. Die Geschwindigkeit ist unglaublich hoch und die Teile sind härter als Diamant. Also, das Ding geht wirklich ab. So, die anderen kann ich jetzt normalerweise euch nicht zeigen, ich weiß nicht warum, tut mir leid. So, hierfür brauchen wir noch, also das hier ist ein Access Terminal, da kann man suchen, das ist der normale Controller, den braucht man einfach, der Start, die Energie. Hier wird angezeigt, was alles zu diesem Netzwerk gehört. Man kann also mehrere Access Terminal nehmen, einen ME-Drive, der ME-Drive muss mit Storage Ja, da nehmen wir mal ein paar von. Es gibt hier so verschiedene Storage-Teile. Einer drüber, wahrscheinlich genau, hier 64k, 16k, genau. Und die Idee hinter diesem Teil ist halt, dass wie soll ich sagen, ich kann es so schlecht erklären, dass die Sachen, die man hier rein legt, in Energie umgewandelt werden und dann in Daten hier reinkommen. also die werden sozusagen dematerialisiert und den Daten umgewandelt und da reingekommen. Die kann man dann rausnehmen, kann man mitnehmen, kann man dann zum Beispiel, wo haben wir die Chest, äh, Chest, da haben wir sie, kommt auch mal hier hin, ich glaube, die muss ich stummerweise daneben stellen, so, da können wir jetzt, äh, wo ist das Teil, da können wir das wieder reinstellen und wir sehen, wir haben diesen Quantum Zoom Thelmet, also das ist einfach sozusagen Speicherplatten, damit kann man zehn Stück reintun, damit kann man verschiedenbeliebige Drivers reintun und man kann theoretisch einfach alles hier reintun. Ich könnte jetzt, ähm, nehmen wir mal das und man sieht, wir haben hier 220 MI-Controller drinne und die belegen alle nur einen Slot und man sieht, hier, es sind halt 348 Bytes in used, das ist so gut wie gar nichts, wir haben hier, ich glaube, schon 1000 Items drinne und das Ding ist gerade mal zu einem Zehntel voll. Natürlich können auch nur 363 verschiedene Types da reingelegt werden, aber es können halt fast unendlich viele da rein, also das hier ist eine super, super, super Möglichkeit, um am Anfang, hallo? Ich hasse es. Ein da zu Survival und jetzt das Umstellen nach Recipe Mod und man sieht, der ME-Drive kostet nicht viel, also Silicon muss man halt mit Netherquartz Dust machen, das kann man aber finden, dann dieser Quartz, den findet man in der Umgebung, ich glaube, ich habe hier vorne über jemand etwas davon gesehen, den finde ich ziemlich oft, ich finde es schade, dass ich diese Mod zu spät erst entdeckt hätte, sonst hätte ich die direkt benutzt, die Traveller ist gut, kann ich jetzt dummerweise nicht benutzen, komm hoch mit dir, zieh mal das Jetpack an, dieses Quantum , Shoot, Body Armour hat ein Jetpack drin, aber ich weiß gar nicht, wie ich das aktivieren kann, das ist auch super, also das hier ist eine sehr schöne Mod, so, nächste Mod, ja, wir haben, ich weiß jetzt, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, Boot, da, Boots of the Traveller, Traumkraft, gehen wir mal wieder in den Cheat Mode und holen uns die mal, die ziehen wir wieder an, wie schnell können wir jetzt laufen, oh, jetzt ist sogar, achso, wir haben ja noch ein Jetpack an, äh, okay, und, guckt euch mal die Herzen an, ja, reicht, okay, jetzt, seht ihr sie halt nicht mehr, aber, ihr, äh, wir, haben, ich glaube, die doppelten Herzen auf Falschschaden, mit diesen Boots, und die laden sich auch immer wieder auf, ich fahre mir etwas höher, da, zack, lädt sich das ganze Ding wieder auf, also, wir haben ziemlich geiles Zeug auf Falschschaden, es gibt da zum Beispiel auch noch ein Schwert, was Gegner weg, ähm, wegfliegen lässt, es gibt eine Spitzhacke, die euch, äh, wenn man auf einen Stein haut, ähm, zeigt die, ob es irgendwo in der Gegend durchleuchtende Punkte noch Erze liegen, es gibt eine Axt, eine Axt, ähm, die möchte ich euch auch noch unbedingt zeigen, Axt, äh, und zwar ist das die, ja, hier gibt es ja so viele Axt, nein, die da, einmal hier die Pick Axt of Core und die Axt of, also, wenn man hiermit, da sieht man alles, was man hier an Zeug hat, man kann es jetzt hier genau auf ansteuerlichen, das Problem ist halt, dass hier alle Mods angezeigt werden, da unten sieht man es ganz genau, da unten liegt Erz, da liegt Erz, das Problem ist halt, das verbraucht immer Energie, also, die hält nicht lange und die Axt of Steam, super, wenn man viel Holz braucht, ihr seht hier einen riesigen Stamm, ne, rechte Maustaste, nein, rechte Maustaste gedrückt halten, warten, 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 schön lange warten, man sieht, an der Seite zählt das Ganze runter, man hört ein lustiges Geräusch im Hintergrund und, ist gleich fertig, der Baum ist weg, die ganzen Teile liegen hier rum, und ich habe zwei Stack Quote, also, ungemein nützlich zum Arbeiten, dummerweise geht das nicht durch die Vines durch, sondern einfach nur so, zack, richtig cool, und damit würde ich mich verabschieden von diesem Megaprojekt, muss ich jetzt schon sagen, ich habe nicht erwartet, dass das lange geht, aber bis zum nächsten Mal, tut mir leid jetzt, wegen der letzten Folge, aber sonst, haut rein, tschüss.